Moin Leute! Ja, ich kann es selber kaum glauben, aber nach langem Überlegen haben wir uns ein Tesla Model Y geleast. Ja, und wer jetzt denkt, ach nee, nicht schon wieder so ein scheiß Tesla-Fanboy, der wird ziemlich überrascht, denn wir haben ernsthaft überlegt, das Auto zurückzugeben. Und so stellt sich übrigens die KI-Doll E3 einen Tesla-Fanboy vor. Ja, das sind halt die guten E-Lesbo-Hipsters, ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Aber egal. Warum wollte ich das Auto, oder wollten wir das eigentlich zurückgeben? Warum war das so krass irgendwie? Weil es jede Menge Bugs gab und auch noch gibt und es musste in der ersten Woche auch direkt ein Techniker kommen und ich hatte einfach gefährliche Erfahrungen mit den Sicherheitsassistenzsystemen gemacht. Ja, und das hier. Also ein unerklärlich hoher Stand-by-Verbrauch, dessen Grund ich letztlich zwar gefunden habe, aber mich wundere, wie sowas überhaupt möglich ist. Und ich erkläre euch auch gleich, was dahinter steckt. Also unser Tesla-Start war leider alles andere als optimal und ich bin, wie ihr wisst, immer rotz-ehrlich und wir verzichten auf Product Placements von Firmen und damit auf Einflussnahme. Und deswegen gibt es heute auch einen sehr, sehr ehrlichen Test. Also, los geht's. Ja, warum eigentlich ein Tesla und warum ein E-Auto? Wir wollten keinen SUV, es sollte familientauglich sein und am besten mit wenig Schnickschnack und auch nicht zu teuer. Macht also absolut Sinn, sich ein Tesla Model Y Standard Range zu leasen, oder? Ähm, nee, fragwürdig. Also, warum also? Der erste Punkt war Zeit. Unser alter Mini hat uns in vielen Phasen unseres Lebens eigentlich immer super zuverlässig begleitet. Von der ersten Wohnung meiner Frau und mir bis zur Hochzeit und auch der Geburt unserer Kinder war die kleine gelbe Kiste eigentlich immer dabei und hat uns einfach echt treue Dienste geleistet. Aber so traurig es auch ist, nach circa 15 Jahren häufen sich da leider auch die Probleme und jetzt kamen relativ üble Probleme, sodass wir einfach jetzt schnell ein neues Auto brauchten. Und da wir auf dem Land leben und sehr stark darauf angewiesen sind, muss das auch wirklich schnell gehen. Naja, und da war der Model Y tatsächlich in zwei Wochen lieferbar. Also, das war ein sehr wichtiger Punkt. Der zweite war das Preis bzw. ein Angebot. Nachdem die Förderung damals gecancelt wurde, hat Tesla nämlich mit einem sehr krassen Preisreduktion reagiert und ein 0% Leasing auch angeboten. Real sind es dann 0,5%, aber trotzdem. Und Manuel von Familie Elektrisiert schrieb mir dann direkt, ey, Anni, zieh dir das rein, guck dir das an, das ist vielleicht was für dich. Und naja, da haben wir dann einfach eben auch schnell zugeschlagen, weil ich halt das schon ziemlich gut fand. Das war nämlich damals 319 Euro den Monat bei 5000 Anzahlung. Und das war eine sehr gute Idee, denn aktuell, also zwei Monate später, kostet das Teil jetzt bei gleichen Konditionen 510 Euro im Monat. Also fast 200 Euro mehr. Ja, der dritte Punkt ist auch einfach Neugierde. Also, mich hat einfach auch interessiert, was an dem Tesla-Hype dran ist. Und auch die KI-Funktionen da drin habe ich als relativ hoch entwickelt eingeschätzt. Und ich bin ja selber quasi Wissenschaftler im Bereich KI. Und natürlich hat mich das dann sehr interessiert. Ich muss zugeben, dass ich hier eher enttäuscht wurde. Also gerade was das autonome Fahren und so angeht, weil ich jetzt doch eher, dass ich mir gedacht habe, so geht so. Aber dazu vielleicht nochmal eine eigene Folge. Möglicherweise kriegen wir auch mal irgendwie einen Tesla-Techniker oder jemanden aus dieser Forschungsabteilung an den Start. Und können da vielleicht ein bisschen aufklären, wo der Stand wirklich ist. Weil so wie ich gehört habe, sind wir hier in Deutschland auch ein bisschen hinten dran, was den Software-Stack angeht. Okay, aber warum ein E-Auto bei uns sinnvoll ist, dazu wollte ich demnächst auch nochmal eine eigene Folge machen, weil das relativ komplex ist. Aber mal ganz kurz die Hauptgründe. Ich kann auch bei uns auf der Arbeit umsonst laden. Also das ist natürlich schon ein Mega-Bonus. Zu Hause durch die große PV aber quasi auch und unseren Eigenverbrauch kann ich damit natürlich insgesamt auch massiv erhöhen. Das heißt, ich kann meine PV viel besser ausnutzen. Und ich kann zu Hause tanken, was ich saugeil finde, weil ich hasse Tankstellen. Ob ich das jetzt in der Stadt mit einer Mietwohnung gemacht hätte, also wenn wir da gewohnt wurden, weiß ich nicht. Denn die direkte Lademöglichkeit, die wir jetzt haben, finde ich sehr geil. Wenn ich die nicht hätte, würde mich das, glaube ich, sogar eher nerven. Also Bug 1 und Bug 2, das war direkt nach dem Kauf, ging es halt super geil los. Es kam dann nämlich dieser Fehler und man konnte sehen, dass die linke Rückfahrkamera kein Bild mehr sendete. Ich habe dann das Auto neu gestartet und so ein paar Tipps und Tricks ausprobiert, die mir da genannt wurden. Aber es hat im Prinzip alles nicht wirklich funktioniert, denn hinter diesem kleinen unscheinbaren Fehler steckte eine defekte Rückfahrkamera. Ist das so ein Drama überhaupt? Also ich meine, das ist ja jetzt alles so ein Schnickschnack, kann man sagen, scheiß drauf, braucht kein Mensch. Aber sagen wir es mal so, ein 2 Tonnen schweres Auto mit einer ganz entspannten Länge von fast nur 5 Metern und einer Heckscheibe, die bei der Größe den Namen nicht verdient und selbstverständlich keine Heckscheibenwischer. Ja, wenn dann die Einfahrkhilfe wegen einer defekten Kamera ausfällt, das ist so mittelmäßig, ne? Dann ist rückwärts ausparken auf jeden Fall bei dieser Sicht so eine Sache. So, und mein 5-jähriger Sohn fragte mal bei dieser Gelegenheit, ob wir den Heckscheibenwischer mal anmachen können. War ja auch sinnvoll, man will ja was sehen. Als wir dann sagten, ne, der hat gar keinen, kam dann eine witzige Antwort, was, so ein modernes Auto und die bauen keinen Heckscheibenwischer hinten ein. Was sind denn das für welche? Und dann sagte er noch, vielleicht hatten die beim Bauen ja keine mehr. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, anders kann ich mir das tatsächlich auch nicht mehr erklären. Okay, aber hier hat der Service dann noch wirklich gute Arbeit geleistet. Also wir haben das dann auf dem Handy schnell eingegeben, Fehler und so weiter. Und nach zwei Wochen kam jemand bei uns vorbei und hat das Ding ausgetauscht. Und jetzt seitdem klappt es auch wieder. Also das muss man auch dazu sagen, Service war da echt geil. In dem Fall zumindest. Ja, Bug 3, die Reichweitenanzeige oder die Reichweite auch an sich. Das ist vielleicht eher ein Fail, finde ich, denn passt mal auf. Als Fahrer eines Autos hat man ja durchaus das Bedürfnis zu erfahren, wie weit komme ich denn jetzt noch mit dem Tank, der Akkuladung oder was auch immer ihr da jetzt irgendwie getankt habt. Ist mir scheißegal. Da hat sich Tesla dann gedacht, ey, voll gut. Wir machen es einfach mal super schlau und machen drei Angaben, die einfach alle nichts miteinander zu tun haben und keine davon stimmt. Das ist super hilfreich. So, das seht ihr nämlich hier. Einmal oben links habt ihr die Angabe mit 394 Kilometern Reichweite. Bei vollem Akku ist sie konstant auf 414 Meter. Also das scheint irgendwas Konstantes zu sein, was da eingeschätzt wird. Dann im Energiemonitor seht ihr hier zum Beispiel die 465 Kilometer, wobei diese Angabe schwankt und von der Fahrweise abhängt. Also jetzt hier ist es relativ hoch eingeschätzt. Wird also etwas anders berechnet. Aber ich muss jetzt einfach mal sagen, so ganz im Ernst, als Fahrer ist mir das doch scheißegal. Mich interessiert das nicht. Ich hätte gerne eine Anzeige, die halbwegs vernünftig einschätzt, wie weit ich noch komme. Und das große Problem ist, dass von den ganzen Sachen, die da stehen, einfach keine die Realität wieder gibt, sage ich euch jetzt. Und es gibt natürlich noch die dritte Angabe. Das ist die WLTP-Angabe mit 450 Kilometer Reichweite. Also, ihr seht jetzt hier nochmal zusammengefasst. Tesla-Schätzung 1, 414. Die zweite auf dem Energiemonitor 400 bis 465 Kilometer. WLTP 455. So, und jetzt kommt meine eigene Messung. Ich habe nämlich gemessen, dass ich selber, dass wir ungefähr bisher so 20,02 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht haben. Ziehen wir die Ladeverluste von circa 10 Prozent laut dem ADAC ab. Oder es gibt noch eine andere Quelle, die die mit 14 Prozent angegeben haben. Dann komme ich auf eine Reichweite bei vollem Akku von circa 319 bis 334 Kilometern. So, und bisher, wenn wir so gefahren sind, würde ich das auch als realistisch einschätzen. Der ADAC kam auf eine Reichweite von 273 Kilometer, wobei die den Long Range getestet haben. Also das Modell mit dem größeren Akku und einem etwas stärkeren Motor. Und ich habe das jetzt umgerechnet auf den Standard Range. Also hier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Diskrepanz aufgrund der Motorisierung und des Akkus. Ja, dennoch muss man jetzt einfach sagen, die Werte des ADAC, selbst mit dem falschen Modell, passen immer noch deutlich besser zu meinen Messungen als die Werte von Tesla. Woher Tesla diese Werte nimmt oder berechnet, keine Ahnung. Deswegen, ich persönlich schaue mittlerweile nur noch auf die Prozentangabe und schätze einfach selber ab. Weil das ist am realistischsten für mich. Bug 4. Ja, gefährlicher Eingriff und Autopilot. Also hier muss man jetzt sagen, ich fahre jetzt seit circa 15 Jahren Auto und ich habe bisher eigentlich noch nie einen Unfall verursacht. Und eigentlich auch bisher nur sehr wenig Situationen erlebt, die ich jetzt selber als sehr gefährlich einstufen würde. Ja, und dann kam die erste Fahrt mit dem Y tatsächlich. Und auf der Autobahn, der gelbe, das bin jetzt hier ich. Und der rote, das war ein anderes Auto, welches einfach einfädeln wollte. Also was einfach auf die Autobahn drauffahren wollte. Eigentlich nichts Tolles, keine besondere Situation. Er kam jetzt relativ fix an oder sie, weiß ich jetzt nicht genau. Also kam relativ schnell angezischt. Also wollte schnell auf die Autobahn, hatte schon richtig Bock, Gas zu geben. War ein bisschen dicht hinter mir, aber ich sag mal, mir persönlich wäre es jetzt echt egal gewesen, mich hätte das nicht groß gejuckt. Der gute Mann oder die gute Frau wollten dann jetzt nach links abbiegen und auf die Autobahn einfädeln, was ja auch sinnvoll ist in so einem Fall. Und da dachte sich der Tesla, oh, der rammt uns. Da bremst ich doch einfach mal volles Rohr ab. Und das war die absolut sinnvollste Aktion in diesem Moment, die man hätte tun können. Weil urplötzlich bremst die Karre, also wirklich ohne irgendeinen sinnvollen Grund und hört dann auch wieder auf zu bremsen. Das Problem dabei war, wir standen ja plötzlich nebeneinander. Und das andere Auto wollte ja jetzt nach links fahren. Und das Ganze ging ja alles sehr, sehr schnell. Und ich bin das erste Mal in diesem Auto gefahren. Das heißt, es war für mich eine ultra beschissene Situation. Ich musste dann selbst ziemlich viel Gas geben und auch wirklich ausweichen. Denn sonst wäre es vermutlich zu einem Crash sogar gekommen. So, und das war jetzt eine extrem unangenehme Situation. Es ist seitdem nicht nochmal passiert und die meisten der Safety-Systeme kann man ausschalten oder zumindest etwas weniger sensitiv einstellen, was ich auch gemacht habe. Aber die Situation fand ich persönlich extrem unangenehm. Und würde mich jetzt mal interessieren, habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Vielleicht auch mit anderen Marken, das muss ja jetzt nicht Tesla-spezifisch sein. Würde mich aber echt interessieren, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Denn das war echt scheiße. Ich gehe jetzt nach Hause, ich habe E-Kopfschmerzen. Ja, Bug 5 oder in Klammern Bug. Weil hier ist dann nicht ganz klar, ob man von einem Bug sprechen sollte. Aber ich finde irgendwie schon oder zumindest etwas, was man verbessern könnte. Pass auf. Also, ich habe das Auto sofort an meinen Home-Computer angeschlossen, an so ein Smart Home-System und alles mitgeloggt. Natürlich auch für den Kanal, um euch auch irgendwie Daten und Fakten zeigen zu können. Also, wie viel verbraucht die Karre und so weiter. So, und dabei sind mir diese roten Striche irgendwann aufgefallen. Und jeder dieser kleinen Striche, dieser roten Striche bedeutet, dass das Auto wach war. So, wieso kann ein Auto überhaupt aufwachen? Was soll das? Müsst ihr euch überlegen. So ein Tesla zum Beispiel hat ja eine AMD Ryzen CPU drin. Also schon eine relativ rechenstarke CPU halt. Weil der muss ja viel machen. Der hat ein großes Entertainment-System. Der hat diese ganzen KI-Funktionen und so weiter. Wichtig dabei ist jetzt, das Teil zieht ordentlich Saft, wenn es wach ist. Ja, es sind noch andere Systeme drin, aber, ne, also grundsätzlich CPU und so weiter. Aber wenn es wach ist, zieht das Ding ziemlich viel Strom. So, und deswegen ist es für den Verbrauch super, super wichtig, dass das Auto schläft, wenn nichts passiert. So, und dann ging ich auf die Suche. Erstmal wurde mir der Wächter-Modus vorgeschlagen und alle möglichen Sachen nicht einstellen konnte. Habe ich alles ausprobiert, hat alles nicht funktioniert. Und man konnte es sogar hören. Hört ihr mal zu? Ja, dieses Klacken, das habt ihr, glaube ich, gehört. So, und natürlich hatte ich dann relativ flott die Logging-App. Das war Tesla-Made in Verdacht. Habe die abgeschaltet und alles, aber es ist trotzdem passiert. So, und nach langer Zeit ist mir dann eingefallen, Moment mal, du hast ja irgendwie diese verdammte Tibber-App, also von unserem dynamischen Stromtarif, die hast du doch irgendwie an den Tesla gekoppelt. Das habe ich schon wieder völlig vergessen, weil ich die einfach nie benutzt habe, weil die angeblich irgendwas Intelligentes machen soll. Aber, ja, sagen wir mal, intelligent ist jetzt die Definitionssache. Egal, anderes Thema. So, am Ende war es jetzt tatsächlich diese Tibber-App, die dann jede Stunde dieses Auto aufgeweckt hat und einfach einen mega hohen Verbrauch, einen Stand-by-Verbrauch damit verursacht hat. Das liegt daran, dass Tibber tatsächlich eine relativ alte Datenschnittstelle zu den Tesla-Autos nutzt. Und das ist das Problem. Bei einer neueren Schnittstelle, zum Beispiel wie Tesla-Made die benutzt, passiert das nicht mehr. Und da läuft dann alles wirklich perfekt. So, dafür kann Tesla ja nichts, kann man jetzt sagen. Ja, schon. Aber man kann die Frage stellen, ist es sinnvoll, dass eine Drittanbieter-App, die schlampig programmiert wurde, so ein Auto aufwecken kann? Weil ich meine jetzt wirklich, ich habe ja wirklich diese Logging-App und alles dran gehabt. Und ich frage mich jetzt schon, ob jemand, der vielleicht nicht so da drin steckt und sich es nicht so genau anguckt irgendwie, also technisch da jetzt nicht so versiert ist, ob der das überhaupt gemerkt hätte und ob das dann nicht wirklich zu einem echten Problem oder zu einer ganz beschissenen Erfahrung geführt hätte, der dann einfach sagt, was ist denn das für ein Dreck? Das Auto zieht ja Strom ohne Ende. Wäre interessant zu wissen, ob das jetzt irgendwie nötig ist, dass das geht. Ich denke nicht, aber vielleicht wisst ihr hier mehr. Also, falls ihr hier Infos habt, klärt mich gerne auf. Also, ich finde es jetzt grundsätzlich erstmal ein bisschen schräg. Ja, der sechste Punkt. Das ist jetzt vielleicht kein direkter Bug und auch ein bisschen mein eigener Fehler und es ist auch noch eigentlich mega peinlich, aber die Größe des Autos ist einfach total abartig, ja. Also, wir haben jetzt hier ein Auto, was fast 5 Meter lang ist, 1,92 Meter breit und wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Mini vergleicht, klar, ich weiß, es ist kein fairer Vergleich, aber einfach nur, damit man eine Idee hat, es ist 3,72 Meter und 1,68 Meter breit und ich persönlich habe das total unterschätzt, muss ich auch ehrlich zugeben, ja. Also, fast 30 Zentimeter mehr Breite und 1 Meter mehr Länge als unser alter Mini, das ist schon krass. Und wenn man so eine abartige Größe nicht gewohnt ist, dann muss man auch teilweise im Kreisverkehr dann auf einmal den Rückwärtsgang einlegen. Das ist kein Scheiß. Das ist mir passiert und meiner Frau auch. Also, wir haben bei uns einen relativ kleinen Kreisverkehr und es musste dann, ich bin nicht rumgekommen einfach, ja, selber ein bisschen doof reingefahren, aber es ist einfach echt krass, dass das überhaupt passieren kann. Also, ich habe noch nie über sowas nachgedacht. Und noch mehr Shame geht echt nicht, ja. So, und jetzt muss ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich in so einen kleineren Kreisverkehr aufpassen, dass ich da überhaupt noch irgendwie rumkomme und ich denke mir, boah, das ist echt so scheiße, ne. Also, okay, aber das ist jetzt wieder so vielleicht eher ein persönliches Ding. Bug 7, der Regensensor. Ja, ähm, noch so ein unfassbar wertvolles Assistenzsystem, der Regensensor. Wie beschreibe ich den jetzt am besten? Ähm, ich glaube, das Wort random trifft es ganz gut. Also, der macht nämlich, was er will. Ihr seht es zum Beispiel hier. Ich habe jetzt mal so einen kurzen Clip aufgenommen und ihr seht, die Scheibe ist echt mega voll mit Regen. Ich sehe einfach gar nichts mehr. Und ich konnte wirklich kaum noch durchsehen. Ich habe es jetzt auch extra mal länger so gelassen. Also, der Zustand war auch schon was länger. Das war jetzt nicht irgendwie kurz oder so. Und der Regensensor hat einfach keinen Bock. Der macht da einfach gar nichts, ja. Klar, man kann ihn auch manuell anschalten. Habe ich dann auch und so weiter. Aber dann denke ich mir, boah, dann lass den Scheiß doch einfach raus, ja. Was bringt mir sowas, wenn es nicht funktioniert? Denn ich will das auch nicht bezahlen. So ein Dreck kostet ja Geld. Und dann denke ich halt immer, weißt du was? Dann spart euch das doch einfach. Ich brauche das nicht. Achso, und wenn er trocken ist, also wenn die Scheibe trocken ist, dann geht er natürlich immer ganz gerne mal an. Also das ist halt, das ist echt geil. Also keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Was weiß ich. Also bevor wir zum Fazit kommen, kleine Empfehlung meinerseits. Falls ihr ordentlich wissenschaftliche, fundierte Infos rumt und das Thema Akkus, E-Mobilität und so weiter sucht, zieht euch unbedingt den geladenen Podcast rein. Das lohnt sich. Also ich fand den wirklich bisher ziemlich gut immer. Ja, unser Start mit dem Tesla hätte echt besser laufen können, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also wir hatten halt die defekte Kamera, dann diesen erhöhten Standby-Verbrauch und keine Ahnung. Ich habe es ja alles oben genannt. Und es ist halt einfach ein 5 Meter langes 2 Tonnen Monstrum für über 40.000 Euro. Für mich mit zahlreichen Bugs. Wie gesagt, wir haben das Auto natürlich zu sehr günstigen Leasing-Konditionen bekommen. Also das hat uns am Ende ja auch dann dazu gelockt. Aber der negative Beigeschmack am Ende ist jetzt schon sehr krass. Sagen wir mal so, ein E-Auto würde ich mir persönlich oder werden wir uns definitiv nochmal holen. Das empfinde ich für uns persönlich als Fortschritt. Also auch einfach, weil es leise ist, weil wir es zu Hause laden können. Und auch für uns jetzt sind die Betriebskosten unfassbar geil. Also das sind alles so mega Vorteile, die für uns persönlich sehr, sehr cool sind. Aber so einen großen SUV oder auch einen Tesla, ehrlich gesagt, insgesamt würde ich mir, glaube ich, nicht mehr holen. Das waren mir viel zu viele Bugs. Das war super unausgereiftes Software. Auch mit sicherheitsrelevanten Problemen in einem Auto, in so einem Auto, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Also von daher, das war mein Fazit. Das war leider sehr negativ. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Tesla-Fahrer irgendwie beleidigt oder so. Das wollte ich nicht. Aber es ist halt so passiert. Ich kann es ja nicht ändern. Das ist halt das, was wir erfahren haben. Das wollte ich halt gerne mit euch teilen. Okay, bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.